Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, es geht mal wieder ums Luftfahrwerk. Mercedes W211, in einem vorangegangenen Video haben wir ja schon mal das Fahrzeug behandelt, was jetzt hier auf der Hebebühne steht. Und da habe ich ja auch gesagt, dass da ein Problem vorherrscht, worauf wir jetzt heute hier in dem Video ja drauf zu sprechen kommen. Und zwar Ermatik. Fahrzeug sackt ab, wenn das eine Weile steht, an der Hinterachse, hauptsächlich hinten links. So, jetzt wissen ja die meisten, die ja ordentlich meinen Kanal verfolgen, dass man normalerweise, so ist es von Mercedes auch vorgesehen, nur komplett die Belge an der Hinterachse mit diesem Druckspeicher und dem großen, dicken Schlauch erneuert. Heißt, Hinterachse ausbauen und so weiter. Haben wir schon mehrfach jetzt behandelt. So, um jetzt die Kosten aber ein bisschen in Grenzen zu halten, ich sage dazu auch immer sehr gerne, ja, zeitwertgerechte Reparatur, kann man natürlich jetzt sagen, wir wechseln nur die Belge. Wir haben natürlich vorher alles abgecheckt, haben geguckt, weil sehr oft ist es natürlich auch das Problem, dass an dem Druckspeicher der Luftverlust ist. Ist jetzt hier bei dem Fahrzeug nicht der Fall, sonst hätten wir hier einzeln die Druckspeicher getauscht, gekauft und getauscht. Haben wir ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Werde ich euch alles auch nochmal mit verlinken, für den einen oder anderen, der das noch nicht gesehen hat. So, und jetzt haben wir aber einen riesengroßen Unterschied. Ich komme mal mit dem Tisch ein kleines Stück näher zu euch ran. So, und zwar haben wir jetzt hier diesen alten Balk, das ist jetzt der von hinten rechts. Da sieht man schon ganz gut, hier unten ist das so rund, so eine Kugel. Und jetzt habe ich hier eine Firma, das erste Mal hier bestellt. Und das ist die Firma Wiesler Automotive. Die haben sich hauptsächlich auf Luftfahrwerke spezialisiert, gibt es für alle möglichen Fahrzeugmarken und Hersteller, die solche Luftfahrwerke haben und natürlich auch hier bei dem Fahrzeug. So, jetzt ist hier unten die Aufnahme, aber optisch ganz anders, wenn wir das jetzt mal hier vergleichen. Und zwar ist das folgendermaßen, dass wir hier bei diesen alten, normalen Varianten so einen blauen Keil noch mit dazu haben. Den gibt es übrigens nur bei Bielstein mit dazu. Und bei Miesler, wenn man die normalen, es gibt von Miesler auch die normale Variante. Und die zweite Generation nennen die es, glaube ich. So, der muss hier reingeschoben werden, unten am Anlenker, damit der richtig gerade sitzt und ausgerichtet ist. Und wenn man den eingebaut hat, dann erst Luft drauf gibt und dann erst rausziehen, damit der richtig sitzt. Das brauchen wir dieser Variante hier nicht mehr, weil dieser hier schon schön auf dem Anlenker aufsitzt. So, jetzt habe ich schon, wie gesagt, den rechten ausgebaut. Ich werde den linken jetzt mal, den rechten, neuen hier einbauen. Was wir aber natürlich immer machen, wenn ein Kunde mit solchen Problemen in die Werkstatt kommt, ist auch erst mal testen, ob denn der Kompressor, der die ganze Sache hier mit Luft versorgt, natürlich auch noch ordentlich funktioniert. Haben wir hier natürlich an dem Fahrzeug auch gemacht bei der Bestandsaufnahme und natürlich leider auch das nicht mehr ausreichend. Er schafft etwa 11, 12 Bar, 14 muss er schaffen. Das zeige ich euch dann aber auch nochmal, den Test machen wir dann gleich nochmal zusammen. Habe ich auch von der Firma Miesler hier bestellt, einen neuen Thermatik oder Luftvorwerkskompressor. So, die meisten werden das Ding kennen, sieht so aus. Und was das Schöne auch hier wieder ist bei Miesler, es gibt nicht nur den Kompressor, sondern es gibt in dem Set immer mit dazu einmal das Relais. Das sollte immer getauscht werden, wenn wir einen neuen Kompressor einbauen. Und was sonst nirgendwo mit dazu gibt, die Federn und diese Gummis, quasi das ganze Montageset gibt es hier noch mit dazu. Das muss man nicht einzeln kaufen, das gibt es immer mit dazu. Dann gibt es bei Miesler auch mit dazu, bei Fahrzeugen mit dieser Variante. Es gibt übrigens außer von Bielstein auch von Miesler die komplette Variante mit Schlauch- und Druckbehälter. Also nicht nur bei Mercedes und bei Bielstein, gibt es auch bei Miesler. So, dann müsste aber halt, wie gesagt, die Hinterachse raus. Was es dann auch immer bei diesen Luftbelgen mit dazu gibt, finde ich genial und finde ich super, diesen Cutter. Und zwar sollte man ja diese kleine Luftleitung, die in den Kompressor geschraubt, nicht in den Kompressor, ja, in den Kompressor wird sie auch geschraubt, aber hier natürlich auch in die Luftbelge geschraubt wird, sollte man einmal abcutten, damit wir eine saubere, ordentliche Auflagefläche haben, wenn wir diese Schraube reindrehen. Gibt es hier mit dazu, brauchen wir nicht mit dem Cuttermesser oder mit dem Seitenschneider rangehen, gibt es extra dieses Teil mit dazu. Sehr geil. So, ich würde sagen, ich baue jetzt einmal die rechte Seite wieder fertig ein und dann sehen wir uns zur Druckprüfung vom Kompressor am Fahrzeug bzw. an der Diagnose wieder und dann tauschen wir gemeinsam nach hinten. Links den Luftbalk hier, der ist hier noch drin und bauen noch den Kompressor neu ein. Und dann einmal komplett das System wieder in Einsatz bringen und dann schauen wir mal, ob die ganze Sache wieder in Ordnung ist. Preislich ist die Sache natürlich auch ein ganz, ganz großer Unterschied, ob wir jetzt Original Mercedes-Teile nehmen oder Bielstein nehmen im Vergleich zu diesen Belgen. Selbst wenn wir von Miesler die Belge mit Druckspeicher kaufen, die sind auch deutlich günstiger. und wir werden mal schauen, ob das Ganze funktioniert, ob das Ganze dicht hält und wenn das so ist, spreche ich hier natürlich an dem Punkt meine Empfehlung für diese ganze Sache aus. Bis gleich! Also wie erwähnt, prüfen wir jetzt erstmal den Kompressor, das heißt pneumatische Prüfung, ob denn überhaupt noch Leistung vom Kompressor ausreichend da ist. So, gehen wir mal rein, zack, und stoppen die ganze Sache mal und dann geht die ganze Sache los. So, und da sehen wir schon, dass die ganze Sache ja doch etwas traurig vorwärts geht. 14 Bar sollte er schaffen. Und, ja, ja, und so bei 12 Bar, knapp unter 12 Bar ist dann hier auch Feierabend an der Sache. Na, jetzt geht er nochmal ein Stück hoch. Ja, also da scheint jetzt nicht mehr wirklich viel zu passieren. Und steht auch hier, funktioniert nicht einwandfrei. So, die Druckprüfung haben wir ja jetzt gemacht. Haben wir jetzt also die Bestätigung, dass der Kompressor dann auch noch neu kommt. Es kann natürlich sein, dass wir das jetzt in zwei Videos mal splitten müssen, weil das wahrscheinlich sonst alles etwas zu lang wird. Wir werden uns jetzt heute hier in dem Video dann wahrscheinlich abschließend erstmal nur mit dem Luftfahrwerk, mit den Belgen an der Hinterachse beschäftigen. Ich hatte euch ja gesagt, die eine Seite habe ich jetzt schon mal eingebaut. Und da können wir jetzt schon mal vergleichen, wie, ja, der Sitz ist die Lage ist, jetzt wirklich mal live am Auto im verbauten Zustand. So, das ist jetzt quasi der rechte hintere Luftbalk. Der hat jetzt natürlich noch keine Luft drauf und nichts. Der ist jetzt erstmal nur eingebaut. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, haben wir jetzt hier einmal komplett sitzt der hier wunderschön auf dem Anlenker auf. Die Schraube ist natürlich jetzt auch noch nicht angezogen hier, weil da müssen wir als erstes erstmal ein kleines bisschen Luft hier auf den Kollegen geben und dann wird die ganze in der Kanulllage, das heißt einmal im eingefederten Zustand, dann wieder festgeschraubt. Um die ganze Sache auch besser wechseln zu können, tue ich hier immer hier innen diesen Vielzahn, das ist eine M12 Vielzahn und hier auf der anderen Seite eine 18, die tue ich immer ein bisschen locker schrauben, dass das hier ein bisschen auseinander geht. Da kann man dann hier den Kollegen besser auch reinschieben, da ist das nicht so eng. So, und wenn wir jetzt mal hier drüben vergleichen, zack, sehen wir schon, hier haben wir nur diese Kugel unten und hier liegt natürlich nichts auf. Dafür bräuchten wir dann diesen blauen Keil, wenn wir jetzt das wieder neu einbauen würden. Ich habe jetzt auch schon die ganze Sache hier vorbereitet, einmal für den Ausbau. Das erkläre ich euch jetzt einfach bloß mal. Ich habe jetzt hier einmal die Schelle abgenommen und den Schlauch runtergeschoben vom Luftbalk, der hier zum Ausgleichsbehälter geht. Das ist der Kollege hier. Ich habe schon den Stecker rausgemacht und natürlich vorab die ganze Sache mit der Diagnose auf so knapp ein Bar Luft erst mal runtergelassen, also Luft abgelassen an den Belgen hinten und dann hier den Schlauch runter, da geht dann der Rest noch der Luft weg. Genau, ich sprühe mir das immer ein bisschen ein, da flutscht er dann eigentlich relativ gut runter. Die restliche Luft geht noch raus und dann können wir hier den Kollegen schon runterhebeln und dann ist der hier relativ locker. Wenn ich jetzt mal hier ein bisschen Licht drauf mache, hier, der Kollege ist jetzt schon komplett locker. Genau, so. So muss dann die ganze Sache raus, dann nehme ich euch dann mit. Ich habe hier natürlich diese Spurstange einmal abgeschraubt. Das müssen wir natürlich machen und dann muss hier die Schraube noch raus und dann können wir den Kollegen schon rausnehmen und natürlich hier noch, sehen wir es, ja, sehen wir die Luftleitung noch raus. Genau, jetzt würde ich sagen, Start frei, los geht's. So, jetzt nehmen wir einmal jeweils eine 21, hier Schlaggie drauf, hier innen einmal gegenhalten mit einer 21 und los geht's. So, Mutti ab, zack, und dann einmal die Schraube raus. Das geht auch immer relativ locker und leicht und dann können wir schon den Balk jetzt hier unten erst mal rausnehmen. da geben wir mal ein paar liebevolle Schläge dagegen. Und da ist er schon raus. Dann drücken wir uns den hier einmal hoch an der Seite vorbei. Ich hoffe mal, ihr könnt mal was sehen. So, zack. Nehmen wir mal den Kollegen ein bisschen weg und ziehen uns den einmal hier raus. und deswegen mache ich dann auch immer gerne hier den Schlauch erst ab, wenn wir die ganze Sache raus haben. Dafür nehmen wir uns jetzt wieder diesen, ja, speziellen Schlüssel dafür. Setzen uns den einmal hier drauf, dass er einrastet, halt alles ein bisschen verschmutzt hier drin. So, dann zwölfer Imbus. Zack, dass der Kollege locker ist. Nehmen wir das wieder raus. Und dann nehme ich einmal das Ganze hier, stecke das jetzt hier rein. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlecht sehen. So, einmal drauf und dann drehen wir einmal die Schraube locker. Könnt das auch hier gerne gegenhalten und drehen einfach mal den Balk. Da geht das Ganze meistens etwas schneller. Zack. Und da haben wir den Kollegen raus. So, jetzt nehmen wir hier einmal den ganzen alten Spaß hier weg. Nehmen einmal hier diesen Schneidring, machen den einmal runter. Zack. Und einmal die Schraube weg. Diese alte Arretierung, die muss natürlich jetzt einmal raus. So, nehmen wir einmal den Schraubendreher und drehen die einmal raus. Zack. Dann haben wir den weg. Nehmen einmal die neue und schrauben die wieder rein. So, einmal bis zum Anschlag. Fertig. So, wenn wir einmal dabei sind, nehmen wir hier gleich unseren freundlichen Cutter, den ich euch schon vorgestellt habe und schauen hier, bis wohin geht jetzt diese, ja, wo das hier so ein bisschen eingeritzt ist. Da gehen wir kurz dahinter. Setzen das einmal an. Den ganzen Spaß hier genau in die Arretierung rein. Drücken hier einmal zusammen. Zack. Schnäppst uns das Vorderteil weg. Und wir haben hier eine ganz saubere, ordentlich neue Auflagefläche. So, einmal ein neuer Balk. Und dann haben wir jetzt hier die neue Schraube mit dem Schneidring. Und das Schöne ist jetzt bei der Sache hier, oder allgemein, das fummeln wir jetzt nicht über den Schlauch drüber, sondern setzen uns das hier einmal schon neu ein. Mit dem, mit diesem weißen Sicherung, mit der weißen Sicherung, die bleibt noch drin. Ansonsten würden wir jetzt hier diesen Schneidring verlieren. Das schrauben wir jetzt hier einmal rein in den Kollegen. So. Einmal ganz einfach nur festmachen, handfest machen, so dass es nicht mehr weiterzudrehen geht. Noch einmal kontrollieren, ob es alles gerade sitzt. Und dann können wir uns jetzt hier diese, na, wie sieht man es? Ja, hier diese Kappe rausziehen. So, dafür nehme ich einfach hier eine Spitzzange. Und ziehen wir das einmal raus. Zack. Und dann ist das hier einmal fix und fertig. Und dann können wir den Schlauch bis zum Anschlag wieder komplett neu rein. Der arretiert dann hier drin und wir haben hier kein großes Gefummel. So, einmal die neue Schelle. Die legen wir natürlich jetzt als allererstes erst mal über den Schlauch. Das werdet ihr jetzt nicht sehen, aber den Schlauch wisst ihr ja dann, wo er sitzt. Das Teil einmal drüberlegen, dass er nicht wieder runterfallen kann. Und dann sollten wir jetzt aufpassen, dass wir hier alles einmal ordentlich zur Seite legen. Den Schlauch, den stecken wir dann rein, wenn der ganze Spast einmal drin ist. So, einmal ausrichten. So, erstmal drin. Das ist immer ein bisschen tricky, das ist immer ein bisschen fummelig, aber das geht. Mit der Zeit dann. So, den Schlauch natürlich nicht vergessen, schon mal mit anzusetzen. Nur erstmal drauf, grob. So. Und jetzt schieben wir uns das hier unten noch in die Position. Nehmen wir einen Schraubendreher, gehen hier einmal rein und ziehen uns das einmal runter, den Kollegen. so. So gut aus. Gut. Und dann einmal die Schraube wieder durch. Natürlich nicht das Seil vergessen für die Feststellbremse. Das muss natürlich auch wieder mit dazu. So. Zack. Einmal durch. Einmal nur, die Mutti wieder aufsetzen. Zack. Nur erstmal, dass die dran ist. Fertig. So, dann schieben wir hier nochmal den Schlauch wieder richtig drauf, dass der dann richtig sitzt und tun die Schelle festmachen und natürlich jetzt erstmal den Schlauch dran machen, den kleinen für die Zuleitung. So, den kleinen Schlauch einmal hier rein. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich schlecht sehen. So, den haben wir jetzt hier einmal reingeschoben und der sitzt jetzt auch bombenfest. wenn ich jetzt hier mal dran ziehe, ist da nichts mehr locker. Der bleibt jetzt auch drin. und dann müssen wir nur noch hier an der Seite, ja, hier an der Seite noch den Stecker, den Kollegen noch dran stecken. So, da haben wir einmal die Belge für die Amatic an der Hinterachse von der Firma Miesler jetzt verbaut. Wie ich ja schon gesagt habe, damit das Video jetzt nicht zu lang wird, Kompressoreinbau im nächsten Video, Teil 2 sozusagen, auch von Miesler. Da gehen wir nochmal ganz kurz so ein bisschen auf die Kompressoren ein und dann Diagnose, Luft drauf geben, so wie das auch von Mercedes vorgesehen ist. Dann setzen wir ihn ab und dann hoffen wir doch, dass der Kollege einmal dann auch dauerhaft wieder Luft hält. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Sven. Ciao. Bis zum nächsten Mal.